Willkommen zum DAX-Check. Wir starten in eine neue Handelswoche und Thomas Bergmann ist zurück. In der letzten Woche am Freitag war großer Verfallstag, Hexensabbat. Im Laufe des Tages ging es ein bisschen hin und her, am Ende aber dann 0,1 Prozent des Minuses. Das kann man vernachlässigen. Und auch wenn wir heute auf den Start blicken, wieder die mini kleine Schritte, die der DAX da momentan tut. Fast gar keine 0,1 Prozent. Ebenfalls das kleine Minus, das wir jetzt zum Start sehen. Das könnte man fast schon als abwartende Haltung bezeichnen. Aber auf was könnten wir denn warten? Was stehen denn als wichtige Ankerpunkte? Der G20-Gipfel steht natürlich im Mittelpunkt diese Woche. Und von daher ist das das Spiegelbild. Also man will sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und hofft einfach darauf, dass die beiden Herren aus China und Amerika sich vielleicht zumindest nicht weiter bekriegen, sondern vielleicht eher einen Waffenstillstand schließen. Aber man kann, ich glaube, es weiß niemand, was da in den Köpfen zurzeit rumschwirrt. Es bleibt wirklich ein hart umkämpfter Deal, denke ich mal, der da uns bevorsteht. Einfach abwarten. Genau, dann tun wir das. Das wird also das Thema Handelsstreit, Handelskrieg eventuell in den oder bleibt wieder im Fokus. Dem zuletzt eher die Fed- und Zinsfantasie uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat. Das lässt jetzt wieder ein bisschen nach. Jetzt kommt der Krieg zurück. Was ist denn in Sachen Schadtechnik? Das schaut ja grundsätzlich jetzt nicht so schlecht aus. Also wir haben Anfang Juni zum Glück eben kein neues Verkaufssignal bekommen mit dem Bruch der 200-Tage-Linie, sind da wieder nach oben weg. Der Bereich jetzt hier, da sind wir jetzt dran an diesem Widerstand. Da sind wir quasi exakt drauf. 100 Punkte höher, da müssten wir darüber, um eben neues Anschlusspotenzial zu schaffen. Ich sage mal, die Notenbanken haben quasi den Weg bereitet. Jetzt kommt es darauf an, dass Trump und Xi vielleicht eben den nötigen Anstoß geben, dass wir eben da rausgehen. So Gewinnwarnungen wie jetzt heute von Daimler sind natürlich jetzt nicht besonders förderlich für das Ganze. Aber auch muss man sagen, die Daimler-Aktie hält sich relativ stabil, weil es ja auch schon ein bisschen erwartet worden war. Die Automobilindustrie steckt in der Krise. Das ist unbestritten heute großer Gipfel in Berlin. Hoffen wir mal, dass die Politik die richtigen Weichen stellt, weil es ist die wichtigste Industrie in Deutschland. Und die kann man nicht vor die Hunde gehen lassen. Und ich hoffe mal, da besinnt man sich. Wie gesagt, das Thema Aufwärtstrend. Wir haben jetzt dieser primäre Aufwärtstrend. Da sind wir jetzt knapp dran. Diese sekundäre, da sind wir jetzt noch komfortabel drin. Der verläuft im Bereich 12.000. Die sollte man sich ja klar weiterhin auf die Agenda schreiben. 12.000. Wichtige Unterstützungszone. Im Moment, wie gesagt, mehr oder weniger etwas im Niemandsland. Wir brauchen noch 100 Punkte. Dann kann man sagen, kann man auch wieder guten Gewissens vielleicht mal eine größere Long-Position fahren. Damit hast du meine letzte Frage schon fast beantwortet. Also noch kein Produkt aktuell? Wir haben keins aktiviert. Es schaut so schlecht, wie gesagt, nicht aus. Eine gesunde Korrektur nach dem starken Anstieg. Nicht ganz 50. Also 50 Prozent wäre ja hier gewesen. Das Bild ist gut. Der Aufwärtstrend nahezu bestätigt. Aber von daher kann man schon langsam mal in Richtung Long-Position schauen. Aber wir haben natürlich jetzt am Freitag das große Thema G20. Und wenn da irgendwas schief geht, dann kann es auch schnell wieder eben der Test der 12.000 Punkte der Marke anstehen. Aktuell ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Morgen blicken wir wieder auf den DAX. Danke für heute, Thomas. Sehr gerne. Hoffentlich sind Sie morgen mit dabei. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.